Sehr gut, Kingler ist ein Wasser-Pokémon, das wird einfach! Kingler, blubber! Akani, klasse, gut gemacht! Und jetzt zeig ihnen deine Drachenwut-Attacke, los! Alles in Ordnung, Kingler, versuch aufzustehen! Die Drachenwut-Attacke, das hätte ich niemals erwartet! Los, unternimm was, Ash! Hol Kingler zurück und setze ein anderes Pokémon ein! Okay, Kingler, zurück! Pikachu, jetzt liegt's an dir, zeig, was du kannst! Pikachu! Pika! Gut, los geht's! Bringen wir Akani mit der Agilität durcheinander, Pikachu! Das ist ja ausgezeichnet! Als Schlittschuhläufer macht Pikachu sich wirklich prima! Akani, Feuersturm, los! Ja! Wir sind zu schnell für den Feuersturm, Piet! Ja, vielleicht, Ash, aber deine Chancen zu gewinnen sind leider geschmolzen wie Butter in der Mittagssonne! Ja! Ich verstehe das nicht! Was hat Akani denn nur vor, Rocco? Akani versucht Pikachu mit seinem Feuersturm aufzuhalten, indem es das Eis zum Schmelzen bringt! Das ist unglaublich! Das ganze Eisfeld ist bis auf zwei kleine Eisberge geschmolzen! Oh nein! Es gibt keinen Ausweg! Pikachu sitzt in der Falle! Es kann die Agilität nicht einsetzen! Akani, setz doch einmal den Feuersturm ein! Schnell, Ash, los! Sag Pikachu, es soll untertauchen! Was? Wir sollen aufgehen? Nein, ich meine untertauchen im Wasser, Ash! Pikachu, tauch unter! Pika! Ja, sehr gut! Jetzt gibt's keine Probleme mehr! Hä? Ash, du weißt doch, das Wasser leitet den elektrischen Strom sehr gut! Ja, natürlich weiß ich das! Das ist mir im Moment nicht eingefallen! Gut, worauf wartest du noch? Beeil dich! Pikachu, Donnerblitzattacke! Los, jetzt! Pika! 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 Arkani! Arkani! Pika! Pika! Arkani ist besiegt! Der Kampf ist beendet! Der Sieger dieses Kampfes ist der Trainer Esch Kitsum! Ja, geschafft! Wir haben auch die dritte Runde gewonnen! Ja! Krass! Ja, waja! Wer hat�? Woow! Ha, ha, ha!